Wir sind bei Cobra Yachts und diese Yacht, die haben wir gerade eben gezeigt, das ist so das, ich sag mal, Mittelklasse-Modell von der Größe her. Ihr habt eine ganz kleine, wobei klein nicht klein ist bei euch, die ist dann schon ordentlich. Dann habt ihr eine mittlere und ihr habt eine große oder liege ich da ganz falsch? Ja, man startet bei uns mit 36 Fuß, die nächste ist dann 45er, die meiste hat 42 Fuß und das Top-Modell ist die Cima Star mit 45 Fuß. So, und die gucken wir jetzt mal an, die liegt nämlich genau daneben. Die hier, bitte gucken, die Maestro, das ist wirklich eine ganz tolle Yacht, geht los ab 250.000 Euro, die wir jetzt angucken werden, ist im Grundpreis bei 300.000 Euro. Und da werden sich jetzt viele fragen, mein Gott, das sieht ja aus wie eine Multimillionen-Euro-Yacht, die irgendwie da ist. Also wenn ihr jetzt hier liegt, das stimmt gar nicht, sondern eure Yachten werden ganz massiv unterschätzt oder überschätzt, was den Preis angeht. Und das spielt ja natürlich nicht so in die Karten, weil viele denken, die kann ich mir sowieso nicht leisten, sind aber dann ganz überrascht, dass diese komplette Yacht mit Motor allen Pipapo bei 300.000 Euro losgeht. Und da kriegst du auch wirklich, die fährt dann auch, also das ist wirklich fertig dann, oder? Die ist dann fast so, wie sie hier steht oder zu sehen ist, Farber. Farber, das Ganze ist sehr breit. Es ist eine, ich glaube, es ist die breiteste Yacht, die ihr habt, oder? Die ist 4,30 Meter breit und 13 Meter lang. Ist die breiteste? Ist die breiteste, ja. Die breiteste, die wir haben. Seamaster heißt sie. Und wir können mal gerade rüber gehen, hier ist ein kleiner Steg. Wir sind am Wannsee und das Ganze hier am Venedig von Berlin, habe ich mir sagen lassen. Ihr habt ein kleines Eigenproblem, aber das wird wahrscheinlich im Winter weniger. Das legt sich im Winter, kommt aber im Frühjahr wieder. Auf der anderen Seite, am Teglersee, da haben wir es durch eine Filteranlage in den Griff bekommen. Aber hier haben wir leider jedes Jahr immer wieder das gleiche Problem. Heißt Baden ist wahrscheinlich nicht so schön? Jetzt momentan ist es nicht erlaubt, ist verboten. Spätsommer. Ist das schlecht für die Gesundheit eigentlich? Ja, kann gesundheitliche Auswirkungen haben. Okay, so kommt ja jetzt alles durch das große Thema Erwärmung. Aber der Vorteil ist natürlich in Berlin, Berlin ist ja immer kalt und euch spielt natürlich die Klimakrise jetzt auch ein bisschen mit in die Karten. Denn es wird immer wärmer, das merkt ihr auch. Man muss nicht mehr nach Italien fahren, um einen schönen Urlaub zu kriegen, oder? Deutschland wird immer beliebter. Na, wir sind hier, Berlin mitunter haben wir die delikatesten Winter und ja, Sommer hält man es eigentlich auch aus. Warum ich das erzähle übrigens, wenn du mal kurz mitkommst, dann gehen wir mal gerade hier rüber. Ich traue mich ja, ich habe so ein kleiner Steg hier. Wenn ich gleich reinfalle, der Chip ist ja wasserdicht, dann ist zumindest die letzte Aufnahme gerettet, die wir haben. Dann gehen wir mal ganz hier mal rüber, beide Hände voll. Und hier sieht man die Yacht, das ist schon ein dickes Ding. Ihr habt ein schönes Design gewählt. Das kenne ich so, ich war ja auf der Boot, da ist gerade dieses Design hier der absolut letzte Schrei gewesen, oder? Ist ein Hingucker, ist was anderes, wie jetzt die anderen Werften das bauen. Das ist ein Halbgleiter und wir haben halt ein recht großes Boot, was sehr, sehr viel Komfort bietet und auch fahrbar ist. Das Coole ist dabei, Halbgleiter heißt, es kann sich leicht aus dem Wasser raus bewegen. Also wenn es sehr, sehr stark gefahren wird, also die Motorleistung voll aufgedreht wird, hebt sich so ein bisschen raus. Nein, es kommt komplett ins Gleiten mit 2x440 PS. Achso, es gleitet richtig. Ja, es gleitet. Aber du sagst Halbgleiter, was heißt das? Es ist ein Halbgleiter. Wir haben halt mit einem oder zwei kleinen Motoren dauerhaft eine Fahrt im Wasser. Achso, es hängt vom Motor ab. Also wenn ich den jetzt richtig bestücke, dann habe ich ein Sportboot, richtig, was auch gleiten kann, was auch schneller fährt als die maximale Rumpfgeschwindigkeit. Das ist ja auch so ein Thema. Und mit den kleinen Motoren habe ich die Rumpfgeschwindigkeit, oder? Wir haben auch mit zwei kleineren Motoren die Rumpfgeschwindigkeit, wo wir einfach nicht aus dem Wasser rauskommen. So, das Ganze schlägt sich aber dann auch in der Spritrechnung wieder. Ich glaube, wenn du die, ich sag mal, ins Gleiten, ins Vollgleiten bringst, dann wird der Tank schon beansprucht, oder? Ja, wenn wir zweimal 440 PS verbauen, dann wird auch serienmäßig ein 1000 Liter Tank verbaut. Und dann haben wir auch bei Vollgas etwas über 100 Liter Verbrauch. Ist das hier Heizöl, was ich tanke? Nein, das ist Diesel. Diesel, also ganz normaler Diesel. Und man zahlt in der Marina auch einen Ticken mehr, oder, als in der Tankstelle? Wir haben hier einmal die Möglichkeit, normales Diesel zu tanken oder den synthetischen Diesel, der einfach mal besser für die Motoren ist. Habe ich nämlich gehört, wenn der lange drin ist, dann fangen da nämlich an, sich irgendwelche Tiere zu bilden, Algen und so weiter im Diesel. Das ist da nicht so bei dem synthetischen Diesel. Das ist ein bisschen besser. Wir gucken uns das Ganze mal an. Ja, wir gehen nochmal runter, dann fühle ich mich ein bisschen mehr safe. Weil hier vorne, warte mal. Mal kurz mal gucken. Wenn ihr mich sehen könntet, hier mit beiden Händen voll. Aber ich bin ja, ich habe ja keine Kosten und Mühen gescheut. Bin extra nach Berlin geflogen von Saarbrücken. Weil das Video auf der Boot, habt ihr schon gemerkt. Ich glaube, die große Überraschung war der Preis. Weil wir haben ja viele Yachten gefilmt. Und als wir die blaue gefilmt hatten, den Preis daneben geschrieben haben, das war ja schon aggressiv. 170.000 geht es ja, glaube ich, los. Und da waren die Leute schon sehr überrascht, oder? Ja, wir haben mitunter durch diesen Film sehr, sehr viele Anfragen bekommen und haben jetzt auch nur noch zwei Lieferplätze für die kommende Saison übrig. Für 2024? Ja. So zwei Stück da. Aber so soll es ja auch sein. Wir wollten ja mal ein bisschen auf der Boot beschreiben. Der Preis ist ja eine Geschichte. Die Qualität muss ja trotzdem stimmen, weil es ist ja viel Geld. Das ganze Boot wird komplett aus GfK gebaut. Ihr kommt aus Polen. Ist die Werft denn in der Nähe vom Meer? Nein, überhaupt nicht. Wo kommt denn die Expertise für GfK her bei euren Leuten? Der Eigner, der Chef, hat angefangen mit Segelbooten und ist dann halt übergegangen auf den Yachtbau. Heißt sowas hier. Und dadurch, dass die Anfragen halt nun mal stetig mehr waren für jetzt diese Hausboote slash Yachten, hat er dann aufgehört mit den Segelbooten und hat sich dann komplett nur noch diesem Thema gewidmet. Nochmal, ihr habt also Hausboote gebaut, die aussehen wie Yachten oder Yachten gebaut, die die Funktionalität von einem Hausboot haben. So muss man sagen, ihr habt beides miteinander kombiniert. Richtig, genau. Anfangen mit Segelbooten, das Thema dann halt komplett aufgegeben und angefangen Hausboote zu bauen. Weil die Hausbootoptik ist natürlich alles andere wie sportlich. Dafür habe ich natürlich viel mehr Raum, den ich benutzen kann, weil es halt kantig, eckig, kastig ist. Aber das hier ist natürlich ein richtiges Schiff und wenn wir gleich drauf gehen werden, dann werden wir mal sehen, da haben wir richtig viel Platz. Das Ganze ist GFK. Die Kanten hier, das ist ja ganz wichtig. Wie ist das Boot geschützt, wenn ich denn doch mal irgendwo gegen komme? Das sind jetzt Gummistoßstangleisten, die es dann noch in der Premium-Variante mit einer Edelverzierung geht. Okay, ist es hier die Edel-Variante? Nein. Nein, also ihr habt auch ein bisschen hier Brot und Butter gemacht. Wir gehen mal ganz kurz rüber, stellen uns mal hier vorne hin, dann sehen wir das Ganze nochmal von vorne. Es besteht aus drei Stockwerken. Der Aufbau ist doch wesentlich anders wie beim kleineren Modell. Das kleinere Modell kam mir gerade eben schon ziemlich groß vor. Aber jetzt muss ich ehrlich sagen, ich habe eben mal kurz reingeblickt und da ist natürlich der Wohnraum. Das sind nur, wie viel breiter ist es innen? 40 Zentimeter breiter ist die Seamaster wie die Maestro und einen Meter länger. Das ist aber in der Praxis so krass, wenn du beide nebeneinander hast. Ich habe beide hier liegen. Hier ist die Maestro und da drüben die Seamaster. Und wir können euch mal beide Videos angucken, wenn wir gleich reingehen. Du meinst, der Raum ist gefühlt doppelt so groß. Also es ist unglaublich, die 40 Zentimeter, oder? Das ist extrem. Das ist extrem. Können wir uns mal angucken. Also hier vorne, wo das Schwarze ist, das ist so blickdicht, dass ich tagsüber nicht reingucken kann. Ich kann aber rausgucken. Das können wir gleich mal sehen. Ist es nicht zu dunkel vielen Leuten jetzt, zum Beispiel im Winter, wenn es bewölkt ist? Nein, wir raten den Kunden immer eine helle Innenausstattung zu nehmen. Das ist halt hell und freundlich. Ist der dabei, der Anker? Der Anker ist nicht mit dabei. Gut, der kommt extra. Sollte man aber haben, weil der Motor könnte ja mal natürlich entsprechend avarieren. Man kann ja auch einen Wurfanker reinmachen. Ja, könnte man. Also der ist jetzt fest montiert. Das Sundeck, das ist aber dabei. Das Sundeck ist dabei, ja. Okay, sehr schön. Also da kann man sich dann hinlegen, das wäre mein Platz. Das würde ich mir allerdings noch einen Sonnenschirm hinmachen. Ist die Möglichkeit gegeben, einen Sonnenschirm zu montieren? Ja, die Möglichkeit hier im vorderen Bereich einen Sonnensegel zu bestellen. So ein Tarp, was dann gespannt wird. Ja. Sehr cool. So und hier kann ich langlaufen, das werden wir gleich mal sehen. Das Ganze ist dazu gedacht, dass es bewegt werden kann. Viele benutzen es aber auch, haben es einfach festliegen als Wochenendhaus. Und da bietet sich hier Berlin an. Ihr bietet jedem, der sich bei euch so ein Boot kauft in einer Marina hier am Wannsee, die Möglichkeit, einen Liegeplatz auch zu erwerben. Kann mir den jemand wegnehmen, diesen Liegeplatz? Oder wie läuft das? Solange man sich normal verhält, kann einem der niemand wegnehmen. Das heißt, ich miete den an. Das ist praktisch eine Parzelle, die ich habe. Und wenn ich jetzt hier wegfahre, ist der reserviert, der Platz für mich? Das ist ja der Liegeplatz vom eigener, genau. Ist ja klar, weil für mich ist das ja neu. Also wenn ich ihn reserviere, ist es wie ein Parkplatz, reservierter Parkplatz. Wenn da einer steht, kann ich ihn absteppen lassen. Richtig, genau. Es passiert aber nicht in der Parkplatz? Nein, es passiert nichts. Okay, es gibt ja auch hier wahrscheinlich in der Marina praktisch Gästeanlieger, wo ich dann auch mal fahren kann. Wenn die voll sind, sind sie voll. Der Wannsee ist riesig. Du kannst von hier aus tatsächlich an die Ostsee fahren, oder? Wir könnten von hier aus halt in alle Richtungen fahren, ja. Nach Frankreich? Ja. Sehr schön. So, komm, wir zeigen das mal. Hier geht es jetzt gleich rein. Du hast die Schuhe noch nicht ausgezogen, das wirst du gleich machen. Und ich trete jetzt mal hier rüber. Und jetzt merkst du, 40 Zentimeter ist ja Wahnsinn. Also das sollte man sich wirklich live angucken. Der Steg hier ist ein bisschen breiter. Innen aber eine etwas andere Aufteilung. Und hier hast du natürlich, wie nennt man den Bereich hier hinten? Das Cockpit. Das Cockpit? Wir haben dieses Sofa, diese Lounge, die ist optional. Wir haben Standard im hinteren Bereich eine Reling. Wie bei allen unseren Modellen, haben die Möglichkeit hier ein Bimini oder halt einen Schirm, also eine Verlängerung zu bestellen. Ja, womit man dann halt geschützt von der Sonne sitzt. Es hat auf dem Sonnendeck nicht die größte Fläche, das ist tatsächlich die Maestro. Aber der Innenraum, der Wohnraum, das ist der größte von allen, die ihr habt, oder? Richtig, genau. Genau, also das ist immer so, muss man sich ja entscheiden. Und es ist schon sehr jagdig. Das heißt, der Boden hier, das ist spezieller Flex-Teak, glaube ich, nennt ihr das? Das ist kein echtes Holz, das ist Kunst-Teak. Kunst-Teak hält das denn lange? Das muss man nicht ölen, das muss man nicht schleifen. Da sollte man halt eigentlich nur darauf achten, dass man nicht mit Schuhen drauf geht. Ist der Tisch denn Teak? Der Tisch ist auch Flexi-Teak. Flexi-Teak, auch dem muss ich nicht ölen, nicht schleifen? Nichts. Nichts. Der einzige Nachteil ist halt der, dass dieses Material Kunststoff ist und das sich natürlich bei Sonnenstrahlen extrem aufheizt. Ist so. Ich kann aber noch drüber laufen, ne? Ja. Ist ja hell, also wenn es schwarz wäre, wäre doof. Na, wir können das in allen Farben bestellen. Wir können das in grau, in hellbraun. Wir können das wirklich in allen Farben bestellen, auch die Fuge. Da vorne ist grau zum Beispiel, da sieht man da sehr schön. Also da kann ich die Farben wählen, ich kann sowieso auch innen alle Farben wählen. Und ich kann sogar, das ist das Coole, ich kann sogar sagen, das Boot hätte ich gern blau. Das kostet aber ein bisschen mehr. Das ist dann wieder auf Preispunkt. So, aber wir haben es in blau gefilmt, das hat die Leute ziemlich angefixt. Ist aber so eine Farbe, wo man sich dann sagt, okay, sieht zwar geil aus, aber will ich es denn wirklich in blau haben? Weil du bist natürlich in blau auf jeder Marina nicht alleine dann. Die Leute kommen noch mehr. Und wenn du hier mal rüber guckst, also wenn man hier sich dann hier hinsetzt, sein Käffchen dann trinkt und je nachdem, wo man den Platz hat, hat man seine totale Ruhe hier über dem, wie heißt das? Pichelsee. Pichelsee, in der Nähe von Berlin. Und dann blickt man dann herein und sagt, du Sven, mach mir doch mal bitte meinen Kaffee und massiere mir anschließend die Schultern. Ich habe so ein neues Akkumassagegerät, weiß nicht, ob du das kennst mit so einem vorne drauf. Du kennst das? Ja, habe ich selber. Habe ich auch, war schweineteuer. 300 Euro, sogar ein bisschen mehr, aber ist geil. Ja. Hilft, also wenn du irgendwelche Verspannungen hast. Links unten eine Backofen-Mikrowellen-Kombi. Ja, Mikrowellen-Backofen-Kombi. Daneben eine größere Spülmaschine wie bei der Meistro. Also guckt euch die an, das ist jetzt schon eine Haushaltsspülmaschine. Die andere, das war so eine Schubladenspülmaschine, aber tut es denn auch? Der Kühlschrank ist der gleiche, auch den mal bitte öffnen, dass wir den haben. Denn die Küche kommt nämlich erst. Das hier ist die zweite Ablagestelle wie Trifrigo. Auch hier fehlt das Bier. Das war eben noch drin. Aber unten haben wir eine große Getränkeschokolade. Machen wir bitte auf. Gefrierfach war oben. Und das ist natürlich hier Schiffsbau wie Trifrigo. Kommt immer mehr allerdings in den Bereich Camping mit rein. Das ganze Fahrzeug steht auf 12 Volt. Auf Wunsch kriegt man 230 Volt über einen Wechselrichter. Oder wenn ich in der Marina bin, dann habe ich natürlich immer 230 Volt. Und hier ganz interessant, der Innenraum 40 Zentimeter. Wahrscheinlich innen sind es eh nur 30, die es dann vielleicht größer ist. Aber das ist schon eine Welt. Du hast ein größeres Sofa mit drin. Du hast alles größer. So ein paar Zentimeter nur. Es ist halt überall etwas mehr Komfort vorhanden, was dann natürlich auch bei schlechtem Wetter das Ganze wohnlicher macht. Man hat dann mehr die Möglichkeit, sich auf Plätzen aufzuhalten. Klar, wenn es mal regnet, ist es immer besser, wenn ich mehr Platz habe. So, es kann ja mal regnen. Was ist da? Ach, Müll-Trennsystem. Genau, Trennsystem haben wir. Hier haben wir so eine intelligente Schublade. So etwas habe ich zu Hause noch nicht mal. Krass, mach nochmal zu. Also da schiebst du rein, machst du rüber. Das ist ja geil. Brauche ich. Muss ich haben. Ist das hier so Mineralstoff, die Oberfläche? Das ist echt der Stein. Stein? Ja, wird serienmäßig von uns verbaut. Wir haben aber die Möglichkeit, halt auch andere Tischplatten auszuwählen. So, also Haushaltssachen. Da oben hast du eine Oberschränke. Machen wir auf, bitte. Ist mir schon aufgefallen, dass die so als Gegendruck immer habt ihr Gasdruckfedern drin. Ja. Gut, es ist ja auch nicht so viel Bewegung in so einem Schiff. Wenn du nicht gerade gegen eine Spundwand fährst, dann bleibt auch alles da, wo es ist, oder? Hier auf Binnengewässern ist das alles easy. Halb so schlimm wie auf der offenen See. Gott, hier drunter hast du einen Kühlschrank. Zeig auch mal hier, bitte. Ich habe ja auch nochmal einen Getränkekühlschrank. So eine Schublade. Ganz praktisch. Denn, wenn du mal Gäste hast und du wirst du hier wahrscheinlich haben, wenn du lieb bist. Ach, der Fernseher. Guck mal hier. Ein 32 Zoll. Ja, das ist die allererste Seamaster, die wir gebaut haben. Hier haben wir noch einen 32 Zoll verbaut. Aber hier können wir ganz locker 40, 42 Fuß. Fuß oder Zoll? Zoll. Bin schon bei. Ja, die Fuß und wir zeigen demnächst einen neuen Laserbeamer. Da kannst du in 42 Fuß machen. Ja, das ist so. Aber du, ganz ehrlich, ich gucke gar nicht mehr so viel Fernsehen. Also abends mit ein kleines bisschen Netflix. Heute habe ich geguckt, eine Serie über eine Frau, die vermisst wurde, ist Missing bei Netflix. Okay. Hubsauger habe ich es geguckt. Aber auch nur, weil ich irgendwie, keine Ahnung, die Zeit totgeschlagen habe, die da ist. Ich glaube, das echte Leben findet draußen statt. Und hier hast du die perfekte Symbiose aus draußen und drinnen. Hier kann man sehr, sehr viel draußen sowie drinnen machen. Sehr schön. Also das Highlight ist aber wirklich das Bett, weil das ist ein gutes Stück breiter wie das andere Bett. Das Masterbett ist nochmal ein Stückchen. Alles ist ein bisschen breiter. Auch hier die Ausstattung. Baujahr von der hier. Was ist das hier für ein Baujahr? Das ist hier eine 2000 und, also gebaut in 2000, Ende 2020, ausgeliefert 2021. Das heißt auch heute, ihr verwendet andere Sachen mittlerweile ein bisschen. Es wird komplett, ja, wir haben sehr, sehr viele. Das, was uns die Kunden halt ans Herz legen, das tun wir in die Boote umsetzen. So, der Yanmar Motor ist aber hier drin. Was hat der hier für eine Motorisierung? Das ist hier ein V8er, 6 Liter, 370 PS. Benzin. Diesel. Immer Diesel. War Spaß. Ich wollte nur, wollte nur einen Scherz. Nee, ich habe es auch nicht besser gewusst. Sag mal hier, das musst du mal erklären, da kann man sitzen und stehen. Oder wie läuft das? Genau, wir haben die Möglichkeit hierzu. So, so, praktisch etwas höher. Höher zu sitzen dann. Genau. Das heißt, die ganz Großen brauchen das nicht und die etwas Kleineren, die können so halb stehen. Der Vorteil ist, wenn du stehst, hast du mehr Übersicht. Du kannst also im Hafen auch mal gucken, ein bisschen mehr sehen. Eine Rundumkamera auf Wunsch. Ich meine, du bist ja crack, du brauchst sowas nicht. Ja, auch eine Rundumkamera kann man hier bei der Seamaster mitbestellen. Also 360 Grad geht auch, dass ich sehen kann von oben mein Boot. Finde ich total interessant, weil die meisten Leute sagen, brauche ich ja alles nicht. Ich bin ja so gut bis zum ersten Anstoß. Schrammen kann man reparieren, GFK kannst du gut reparieren. GFK können wir komplett wiederherstellen. So, da ist das Steuerrad. Und dann mal bitte hier anmachen, Ray. Ray, wie heißt das? Ray Marine. Ray Marine. Auch wieder das Axiom, 12 Zoll. Habt ihr nicht das billigste genommen? Nein. Also man kriegt in der Serie halt ein kleineres Gerät, ein 9 Zoll. Aber auf diesem Gerät kann man halt auch einen Kartenplotter, die gesamten Daten vom Boot halt mit ablesen. Spiele spielen? Kann ich Android? Man kann Netflix drauf schauen. Echt? Ja. Ehrlich? Kauf ich. Android ist dahinter, sehe ich gerade. Android wird gestartet. Aber eigentlich sind die Systeme, das sind ja so Embedded-Systeme, die immer funktionieren sollen. Das ist schon ziemlich cool. Das ist alles hier so Profitechnik. Und hier siehst du die Standheizung, zwei Stück oder was habt ihr drin? Wir haben hier eine Heizung für die Kabinen und einmal für den Salon. Stromallgard. Dann haben wir... Strom ist hier, gell? Das ist das Stromallgard. Der gute alte Whisper, den haben wir jetzt mal gefilmt in einem Reisemobil, neu verbaut. Er ist aber gar nicht so Whisper. Ein bisschen hört man ihn, ein kleines bisschen. Genau. Die großen Geräte ab 6 Kilowatt hat man weniger wie die kleinen. Das heißt, die größeren, die... So, und hier siehst du Audio. Das heißt, man kann auch das Audio drüber steuern. Man könnte die Radioanlage auch darüber steuern, ja. So, Karte. Mach mal Karte, bitte. Ach, Video kannst du auch machen. Ja, guck mal hier. So, und da siehst du alles. Also im Moment fahren wir 0,2 Kilometer, weil wir uns wahrscheinlich seitlich ein bisschen bewegen. Aber man sieht hier alles. Die ganze Welt ist drauf, oder? Das sind Regionen, die man dann als Kartenmaterial kaufen kann. Wie bei Garmin. Ja. Updates kosten Geld. Updates kosten keine Geld, aber die Karten kosten Geld. Okay. Das heißt aber, wenn ich die Karten kaufe, da ist Europa dabei? Oder hier in Deutschland? Es ist halt ein gewisses Gebiet, was man dann halt an Kartenmaterial kauft. Okay. Ich kann aber von unterwegs das freischalten, oder wie läuft das? Man, soweit ich weiß, muss man halt eine Karte kaufen, die dann halt eine gewisse Region eingespielt hat. So, also wenn ihr so ein Ding kauft, kriegt ihr das alles erklärt, also was ihr wo kaufen müsst und so weiter. Jetzt ist ja bei normalen Booten so, wenn man die nicht vermietet, dann verliert man Geld. Jetzt geht das ja bei euren Preisen hier so, weil viele Leute wollen ja gar nicht vermieten. Die wollen ja ihr eigenes Zeug drin haben, die wollen ganz alleine sein. Sind das oft Leute, die das nicht verchartern anschließend hier? Wir haben ein geteiltes Publikum. Viele Leute möchten halt nicht so viel an Eigengebrauch haben. Und da haben wir die Möglichkeit, diese Boote in die Vermietung reinzunehmen. Ihr könnt das mitorganisieren? Ja. Das heißt, ihr würdet euch um alles kümmern bei dem Boot? Ja, wir übernehmen das komplett. Cool. Also da kann man natürlich sehr viel Geld sparen. Und für alle, die so ein bisschen rechnen können, selbst die Multimilliardäre haben ja ihre 300-Meter-Schiffe verchartert, wie ich gehört habe. Was ist das hier für ein Ding? Das ist eine Trimmanlage, die jetzt das Boot, weil wir sehr, sehr viel Leistung haben, das Boot aber nicht ins Gleiten kommt. Und die Nase vorne sehr weit hoch geht, bekommen wir dann halt das Boot etwas runtergetrimmt. Cool. Wie funktioniert das? Das funktioniert über einen Giro-Sensor. Wir haben hinten zwei Spoiler, die dann halt den... Ah, der geht hin, drückt das runter. Richtig drückt das runter. Das habe ich mal gewillt von außen. So, da ist der Batteriemonitor, der blinkt. Warum? Weil hier irgendeiner uns von Landstrom entfernt hat. Getrennt hat. Ja, getrennt hat. Und deswegen zeigt er uns an, dass wir halt dementsprechend, dass die Batterien halt nur noch 50 Prozent. Okay, also geht. So, und das Ganze hier, hier unten, was ist das hier? SOS? Das ist kein SOS, das ist der Scheinwerfer oben auf dem Dach. Steht da SOS? Ja, aber das ist dann halt so ein SOS-Lichtsignal, was man abgibt. Ah, okay. Das da oben, was ist das hier? Start-Stop? Start-Stop für den Motor. Hier noch bei den ersten Modellen ein analoger, eine analoge Ruderstandsanzeige. Bei den neuen ist das halt digital, dann halt mit im Kartenplotter integriert. Das ist die hier, die Ruderanzeige. Okay. Oh, ich finde das ganz gut analog. Also das wäre so genau mein Ding. So, hier vorne, da haben wir noch ein bisschen mehr. Und das ist natürlich das Allerwichtigste. Wenn ich also hier nach vorne drücke, ungefähr, in wie vielen Sekunden wäre ich hier in der O-Hammer? Ja, drei Sekunden, drei, vier Sekunden. Drei, vier Sekunden. Gut, aber das wollen wir ja nicht. Deswegen, wir würden ja dann hier nach rechts fahren. Jetzt ist ein bisschen Wind. Wäre das hier gefährlich für das Boot? Nee. Nein. Geht schon ein bisschen Wind, oder? Ja, es geht schon ein bisschen Wind, aber dadurch, dass wir bei der Seamaster zwischen 13,5 und 15 Tonnen haben, die da im Wasser stehen, sind wir, wir sind zwar windanfällig, aber nicht so sehr wie diese kleinere Boote. Sag mal, hier vorne, diese Buchstahlruder, die gehen wahrscheinlich elektrisch, oder? Sie sind separat über jeweils eine Batterie gesteuert und sind elektrisch, ja. Cool. Also da kann ich das nämlich auf der Stelle entweder wenden, ich kann es vorne korrigieren, hinten korrigieren. Das ist ein Traum. Eins ist, glaube ich, dabei. Vorne oder hinten? Was ist dabei? Das Buchstahlruder ist immer mit dabei. Buch ist hinten? Vorne. Vorne, ich wollte hier nochmal testen. Wo ist Steuerbord? Rechts, links? Steuerbord, da wo du sitzt. Gott, also in Europa ist es ja immer hier. Da kann man sich übrigens leicht merken, das Steuerbord ist wirklich rechts und meistens ist es auch rechts, aber manchmal ist es auch links. Da habe ich ja gerade bei Hausbooten, habe ich das gesehen. Hier, hier oben. Das ist aber alles quasi dann ein neues Verstand. Trotzdem, das Boot hier entspricht ansonsten in eine Richtung Maße, Größe. Das GfK macht ja nicht siebenmal, sondern die Formen, die praktisch Negativformen werden ja einmal kreiert und dann werden daraus Boote gezogen. Der Innenausbau ist jetzt aber, durch die drei Jahre halt, hat sich der Innenausbau etwas verändert? Auch gar nicht schlecht. Also ich glaube, ich würde es so nehmen. Wenn der Preis gut ist, steht das zum Verkauf? Das steht zum Verkauf, ja. Preis, was kostet das? 450.000 Brutto. Wie es hier steht? Ja. Regulärer Preis wären es 550. Okay, also kann ich knapp 100. Ja, ist es denn viel gefahren? Hat es viele Kilometer runter? 90 Stunden knapp. Stunden? Da muss ich mich dran gewöhnen. Es hat ja keine Reifen, ja. Ich brauche auch keine Winterreifen, keine Sommerreifen. Gibt es eigentlich einen TÜV für Boote? Gibt es sowas? Ein TÜV für Boote gibt es nicht, aber ja, um das Boot halt auch irgendwann wieder zu verkaufen, sollte man regelmäßig Service warten. Das heißt, die Maschine und so weiter. Was fällt da an im Jahr für die Maschinenwartung? Ja, je nachdem, ob ein oder zwei Maschinen verbaut sind, muss man um die 1.000 Euro rechnen. Gott, aber das hält ja noch in Grenzen. Ein großes Reisemobil kostet ein Vielfaches. So viel kann ich euch sagen. Wir gehen mal runter. Unten haben wir da ein großes Schlafzimmer. Du darfst ruhig mal vorgehen. Du bist 1,80 Meter groß. Dann sieht man sehr schön, hier ist übrigens Scheibenbücher mit dabei. Da habe ich schon gelernt. Einer ist, glaube ich, dabei. Ein Scheibenbücher oder es sind hier zwei? Ein Scheibenbücher ist immer mit dabei. Beide. Sehr schön. So, und hier siehst du also mehrere Treppen. Der Aufstieg ist sehr, sehr breit. Und wenn wir gleich mal ins Schlafzimmer reinkommen. Aber auch hier, du hast es eben schon kurz erwähnt, als wir draußen waren. Du empfiehlst ja dann praktisch helle Stoffe hier mit drin. Das habt ihr hier gemacht. Ihr habt in Grau mit Weiß gemixt. Hier vorne habt ihr schöne Stoffe mit rein. Ja, die Polen haben es drauf, muss man schon sagen. Ja, definitiv. Also von der Verarbeitung kann man hier nicht meckern. Ihr wart ja schon ein Highlight auf der Messe. Also euch hat man verbannt in einer gewissen Halle. Das war jetzt nicht die schlechteste Halle, muss man sagen. Gegenüber hattet ihr einen schönen, ich sage mal, Wettbewerber. So schräg gegenüber, du weißt, wen ich meine. Und ihr habt ja jetzt nicht den großen Namen von Werften, die irgendwie schon seit 50 Jahren irgendwelche Boote bauen. Wie seid ihr denn wahrgenommen worden auf der Messe bei den Preisen? Alle wollten mal schauen. Nicht alle konnten es, weil die Schlange halt fast unter der Bauchern bis an den Gang ging. Und wenn die dann halt auf dem Boot drauf gewesen sind, gab es eigentlich nur Positives zu hören. Also der Preis ist wirklich das Entscheidende. Also ich habe so viele Boote gefilmt, jetzt klar größer als das hier, keine Frage. Aber die waren so schon bei einer Million aufwärts, teilweise 1,5, 2 Millionen und so weiter und so fort. Dann Princess zum Beispiel. Also die haben ja auch wirklich tolle Boote. Kann man jetzt nicht vergleichen, weil die liegen natürlich dann auch in den Meeren. Die sind dann auch mal hochseetauglich und so weiter. Das hier ist eher so ein Boot, was du dann am Meer, ich sag mal, ranfährst an der Küste zum Beispiel, würdest du das fahren, oder? Wird das gehen? Ja, wir haben sehr, sehr viel nach Kroatien verkauft. Und ja, seitdem die Seamaster auf den Markt gekommen ist, haben die ja kaum mehr die Futura bestellt, sondern ist eigentlich fast nur noch als Seamaster in B-Spezifikationen. Die große, die B-Spezifikation, das ist glaube ich, dass die mehr Wellengang kann, oder? Ja, dass die halt seetauglich, seetauglich. Ich kenne mich ja nicht so aus, ich habe ja keinen Binnenführerschein. Du hast natürlich einen Binnenführerschein. Ja. Binnen und See. Binnen und See. Ist gar nicht so schwer. Fahrstunden, wie viele Fahrstunden macht man? Weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, ich habe den vorhin sehr, sehr lange her gemacht. So, also das Bett ist dabei, Bettmaß, was haben wir hier? 1,50 Meter? 1,50 Meter mal 2 Meter, ja. 1,50 Meter mal 2 Meter, da ist ein Wohnraumteppich, den kann man tauschen. So viel habe ich schon gelernt. Dann natürlich, wir haben uns eben drüber gefragt, ja, ist denn hier auch hell genug? Ja, absolut, muss man sagen. Hier ist es eher dann zu hell, je nachdem, wenn die Sonne scheint und beheizt werden kann es auch. Man kann es 24 Stunden, 365 Tage im Jahr benutzen, das Boot. Oder gibt es so praktisch Temperaturen, wo ich sage, jetzt muss ich das Boot abschalten? Man sollte dann schon sich überlegen, ob man das Boot nicht voll klimatisiert nimmt, um über die Klimaanlagen das Boot zu beheizen. Wärmepumpe, weil das Coole ist, es wird ja nicht so richtig kalt und nicht so richtig warm, weil das Boot ja von unten auch nochmal ein bisschen Kälte mit reinkriegt. Das ist eine Festtanktoilette, wie man sie kennt aus dem Reisemobil, aber sie kommen eigentlich aus dem Schiffsbau, nicht aus dem Reisemobil mit Schwarztank. Und du hast hier eine Dusche mit drin, auch in dem Bereich? Dieses Boot hat jetzt kein Premium-Badezimmer, wo wir eine separate Duschkabine haben. Das sind jetzt sozusagen zwei Nasszellen. Zwei Nasszellen. Wo wir eine integrierte Dusche haben. Um die Ecke rum ist die... Wo denn? Sag mal bitte. Im Raum. Ich gehe rein, rechts um die Ecke rum. Ah, okay, das heißt, das darf ja alles nass werden. Das darf ja alles nass werden, ja. Ach, wie cool. Und der Möbelbau ist auch so gemacht, das spielt keine Rolle. Na, das Einzige, was halt ist, dass die Wände dann halt nass sind, die müsste der Letzte dann halt abwischen. Abwischen. Ja, aber das scheint ja zu funktionieren in der Praxis. Hier nebenan, was ist hier in der Tür? Da ist die mit zwei Tüko hier. Ach, da ist ein Durchgang. Ja. Das ist natürlich geil. Das heißt, du kannst, ohne den anderen zu stören, mit zwei Türen jeweils in das Badezimmer rein. Und da... Und da aber auch anders gebaut, so dass der eigene halt seine eigene... Ach so, es gibt sowohl als auch. Ja. Okay. Man kann hier die Aufteilung selber bestimmen. Gut, das kostet natürlich ein bisschen Platz, aber das wäre eigentlich... Warte mal, hier vorne ist noch ein Waschbecken, ein schönes Naturstein. Jetzt sieht man die Optik, die da ist. Und dann hast du zum Querlüften hier ein Fensterchen. So, ich komme nochmal raus zu dir. Toilette ist klar. Der Schwarzwassertank, was hat denn der für ein Volumen hier bei dem Boot? Der Schwarzwassertank haben wir Serie 200 und Aufpreis 400. 400 Liter Frischwasser, 1000 Liter? Standard 300 und Aufpreis 600. 600, gut. Cool. So, und jetzt haben wir das erste Zimmer. Ich muss immer so ein bisschen vorsichtig sein, damit man sich nicht verirrt in den Booten. Das war das Zimmer, was wir gerade eben gesehen, mit großem Kleiderschrank auf der linken Seite. Da oben ist die Klimaanlagensteuerung. Da an der Stelle. Richtig. Wir haben hier auch ein klimatisiertes Boot, aber hier leider nur in den Kojen. Oben haben wir darauf verzichtet. Und wir können hier jede einzelne Koje eigens klimatisieren. Cool. Das heißt, ich könnte die auf Vollgas laufen lassen, die Klimaanlage und praktisch einen Ventilator hoch. Würde auch gehen. Ja, ist schwer. Wenn wir 30 Grad Außentemperatur haben, wird das, ja, mager funktionieren. Aber die meisten haben ja dann auch was geöffnet, dann wäre die Klimaanlage eh nicht so funktionell. Aber ich habe im Schlafbereich, habe ich es immer schön. Ich glaube, die Feuchtigkeit ist auch das, was dir den Nerv raubt. Und das kriegst du mit der Klimaanlage schön weg, oder? Erstens das, aber es ist halt natürlich in den Kojen dann abends so warm, dass man kaum die Möglichkeit hat, dort dann halt einzuschlafen. Und deswegen kurz die Klimaanlage anmachen. Die muss auch nicht durchlaufen. Die mache ich so eine halbe Stunde vorher an. Dann geht die. Dann habe ich hier noch eine. Warte mal, ich öffne mal. Und das hier sieht so aus, als wäre hier tatsächlich noch ein Badezimmer drin. Und hier hast du dann ein großes Fenster mit dabei. Da kannst du also schön rausgucken. Das ist aber so stark getönt, habe ich schon gesehen. Du kannst nicht reingucken. Es sei denn, es ist tief nachts. Und dann kann man es verdunkeln. Dann hast du hier ein Queensbett von beiden Seiten begehbar. Wenn du mal kurz reingehst, sagen wir mal so nett, und dich mal komplett drauflegst. Nochmal mehr Kopffreiheit. Und haben hier 2 Meter mal 1,60 Meter Anliegefläche. Ja, plus natürlich den Ausblick, je nachdem, wo ich liege, auf die schöne kroatische Küste mit übrigens Fliegengitter. Die gibt es hier mit dabei. Alles ist an der Seite nochmal beledert. Da vorne ist der Klimaanlagenauslass. Und hier hast du dann noch ein bisschen Stauraum. Genau, Stauraum. Oder die Waschmaschine. Die Waschmaschine, die würde ich zum Beispiel nehmen. So, dann indirekte Beleuchtung. Beachtet bitte, wir haben hier ein 2020er Modell. Und ihr seid ja wahrscheinlich wieder auf der Boot nächstes Jahr. Wir sind auch wieder auf der Boot. Und haben da alle Modelle ausgestellt. Hat sich das für dich gelohnt, die Boote eigentlich? Hat sich gelohnt. Aber ich muss auch ehrlich zugeben, dadurch, dass wir halt durch diese Filme da ... Aber wärst du nicht auf der Boot gewesen, dann hätte ich keinen Film gemacht. So musst du das immer sehen. Ja, richtig, genau. Ja, das ist ja wirklich so. Also ich meine, ihr habt die ja alle ausgestellt mit allem drum und dran. Und dass man die halt einfach mal zeigt, das ist ja auch ganz wichtig. Und dann finde ich natürlich die messen ganz gut. Da steht einer neben dem anderen. So Zufälle kriegst du ja nicht immer. Ja, das ist halt manchmal so. Weil es ist schon viel Aufwand. Der bringt alle Boote dahin. Wie viele Wochen fangt ihr vorher an bei der Boot? Wir fangen eine Woche vorher an aufzubauen, ja. So, und dann ist das wahrscheinlich ... Darf ja nicht auch jederzeit gleich da rein, sondern gibt es einen Fahrplan, wann wer anliefert oder wie? Ja, genau. Naja, die Boote müssen halt dann aufgestellt werden. Alles ringsherum muss geplant werden. Das ist schon sehr umfangreich. Das glaube ich dir. So, dann machen wir hier auf. Hier ist noch ein Kleiderschrank. Bitte. Und da sieht man also auch alles. Das Ding ist ja neu. Ist das schon mal in Betrieb gewesen durch einen Eigner? Ja, wir vermieten halt nur an Kunden, die auch wirklich Interesse an der Anschaffung ... Ach so, dass sie es mal testen können. Ja, okay. Darf ich denn mal Probeschlafen hier, wenn ich jetzt herkomme und sage, ich will mal gucken, wie sich hier so schläft, auch mit der Heizung und so. Das wird auch im Winter gehen. Ja, na klar. Cool. So, und hier ist die Dusche im Sommer drin. Ich gehe mal rein. Spiegelschrank, bitte, wenn du mal so lieb das Thema öffnest. Ja. Ist der auch heute noch so in der Form? Der Spiegelschrank hat sich nicht verändert. Gott, sehr schön. Also sieht man auch alles. Ihr habt extra eine Frau, die nichts anderes macht wie verfugt. Das hast du mir schon erzählt. Push-Locks sind drin. Ja, weil die Fugen gefallen mir. Das ist schön. Das ist schön gemacht. Hier hast du eine Regendusche mit drin. Und auch der Raum hier kann komplett nass werden, weil ihr habt alles hier komplett verfugt. Und ich finde das sehr pragmatisch gelöst. Zumal du hast hier unten dann noch eine kleine Stufe. Das Wasser kann nicht rauslaufen. Und das Einzelne ist natürlich, genau, wenn du mal kurz nochmal öffnest, bitte. Das Einzelne ist natürlich, wenn das Boden ein bisschen schräg stehen sollte. Ja, da muss ich vielleicht noch ein bisschen abwischen hier. Aber das kommt in der Praxis nicht vor. Sollte eigentlich nicht vorkommen. Nein, da würde jedes einzelne Boot separat ausbalancieren. Okay. Sehr schön. Dann gehen wir mal hoch. Ein Boot haben wir noch, das wir zeigen müssen. Vorher müssen wir noch aufs Sonnendeck. Denn da oben, oben waren wir noch gar nicht heute. Und vorne waren wir auch noch nicht. Aber wir können von oben vorne gucken. Das kann ich euch mal zeigen. Und das ist natürlich das Highlight. Das hat das Konkurrenzboot noch ein bisschen besser, noch ein bisschen größer, die Maestro. Aber hier hast du andere Vorteile. Denn, warte, ich komme mal hoch. Ja. Wir sind in Berlin. Heute ist der 19. September 2023. Und wir haben uns ja auf der Messe schon verabredet. Ihr habt gesagt, irgendwann, wenn ich mal Zeit habe, komme ich mal nach Berlin. Und ich bin positiv überrascht. Du hast zwei Sonnendecks hier mit drauf. Du hast einmal hier vorne das große Sonnendeck, was wir von außen schon gezeigt haben. Dann hast du hier eine riesige Liegefläche, die überdacht ist. Das ist natürlich auch schön hier. Das heißt, du hast nicht immer die pralle Sonne. Ja, sonnengeschützt. Definitiv. Steuerstand zwei abgedeckt wird der natürlich im Winter. Wir holen die Boote komplett raus ab Dezember bis in den März hinein und decken die dann mit einer Folie ab. Das heißt, die kommen raus und stehen da draußen? Ja, genau, an Land. Was hat das so einen Vorteil? Naja, man darf halt die Witterungsverhältnisse nicht außer Acht lassen. Das Boot im Winter zu waschen bei 0 Grad oder knapp über dem Gefrierpunkt ist nicht mehr so komfortabel wie im Sommer. Ihr legt das trocken und dann wird es unten auch nochmal gereinigt, bevor es reinkommt. Wir machen Unterbodenreinigung, gegebenenfalls nochmal Auffrischung vom Anti-Fouling. Und dann wird es zugemacht und kann im Winter auch besichtigt werden. Tja, Anti-Fouling ist so eine Schutzbeschichtung, das habe ich gelernt auf der Boot, damit die Algen, glaube ich, sich nicht dazu zu sehr ran setzen, oder? Richtig, genau. So, dann, was hast du hier noch? Eine Schublade? Was ist hier drunter? Genau, wir haben hier immer die Möglichkeit, was zu verstauen. Okay. Das ist auch wasserdicht, das sehe ich gerade. Das ist alles wasserdicht. Alles wasserdicht. Hier vorne hast du dann noch eine schöne Kombi. Den größten Kühlschrank. Ist das ein Gasgrill? Was ist das hier drauf? Das ist ein Elektrogrill. Ach, hier hast du. Wir haben hier auch kein Gas an Bord. Hier hast du Florida Ice für mich gekauft. Wir haben da Florida Ice, ja. Das fand ich ja nett. Das ist ja schön. Hast du an mich gedacht? Snickers Weiss mag ich auch, nehme ich auch. Und auch wieder warm Wasser. Aber diese Wet Bar wird auch wiederum schon wieder anders gebaut wie bei der Maestro. Also, wenn ihr mal Lust habt, kommt am besten nach Berlin. Guckt euch das wunderbar an aus Polen. In Polen werden sie gefertigt. Du selbst sprichst Polnisch, weil deine Frau aus Polen kommt. Und du konntest aber nicht Polnisch irgendwann mal. Du hast das gelernt. Von der Pika auch. Alles durch meine Frau. Sag mal irgendwas auf Polnisch. Ja, das kann ja jeder. Aber der irgendwie, sag mal, wir sind hier in Berlin. Okay. Jetzt sind wir in Berlin. Ich glaube es ja. Gut. Also, ziemlich cool. In der Stunde ist man ja in Polen. Und was, ich meine, die Problematik ist ja heute, wenn du heute hier eine Fabrik aufmachst und suchst mal eben 500 Mitarbeiter oder 20 nur. Das ist ja in Deutschland fast unmöglich, gute Handwerker zu finden. In Polen gibt es noch ein paar. In Polen gibt es noch ein paar. Aber mittlerweile ist es auch schwer geworden, da vernünftige Facharbeiter zu finden. Ist ein Hochpreisland geworden im Vergleich zu, wenn man also weiter in den Osten geht. Was irgendwie kommt. Aber ich muss ehrlich sagen, es geht ja nicht nur darum, dass sowas in Deutschland nicht gebaut werden kann, sondern die Länder, die natürlich viel mehr und viel, ich sag mal, Seen haben und Flüsse. Und in Polen gibt es ja deutlich mehr Seen als in Deutschland. Also, es ist ja die masurische Seenplatte allein, sag ich mal, die es da so gibt und so weiter. Die haben schon viel Expertise mit Booten. Sag ja. Ja. Sehr schön. So. Sehr schön. Also, wir sind bei Kobra Yachts. Ganz da hinten könnt ihr es sehen. Das Ganze könnt ihr besichtigen in Berlin. Und ihr könnt es einfach googeln. Und du hast nämlich freundlicherweise auch ein Hemd angezogen. Kobra Yachts, so wird es geschrieben. Am besten gebt ihr das mal in Google ein. Und da könnt ihr auch dieses Modell sehen. Namens, wie heißt das? Kobra Yachts. Nee, dieses Modell. Das ist die Seamaster 45. Seamaster 45. Und geht los ab 300.000 Euro. Da ist natürlich hier dieser Steuerstand nicht dabei. Aber da lasst ihr euch am besten mal beraten. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.